recht herzlich willkommen zur 38 folge von planet nomads ja stimme ist ein bisschen kaputt erkältet wir wollen gucken dass wir hier irgendwie schlafen können und energie brauchen wir david hat mir das geschrieben dass hier energie drin er fehlt also biomasse die müssen wir dann da irgendwie rein kriegen das läuft haben wir aber nicht gut und gehen wir raus die tür müssen wir öffnen die haben update gemacht 0.8.2 war es glaubt und die tür sollte jetzt gefixt sein aber das geht auf wenn ich weg geht es aber nicht zu dann müssen wir tab drücken c und dann stellen wir das hier um falsche taste jetzt noch mal probieren gehen weg geht nicht zu machen die tür jetzt zu gehen weg und jetzt drauf zu und es geht nicht aber ich glaube da ist noch was faul die geht nicht zu also da ist wohl noch immer irgendwas faul ich weiß nicht aber so machen müssen und da hat die kein strom ist das das problem okay dafür müssen wir erst wissen ressourcen haben biomasse erst mal dann geht dieser baum erst mal nieder tschuldigung am wurzeln haben wir schon jetzt den stamm trennen und der schlichte uns nicht immer schon im stamm ein bisschen zurück so da ist noch was das ist glaube alles oder gut gehen wir rein dann kommen wir in den generator stecken das da rein ok erstmal wieder ein bisschen rausnehmen das war jetzt alles kontroll müssen wir drücken um dann ein stück hinweise das zu bewegen 30 rein und dann ist erstmal gut gehen wir mal zu dem anderen rüber und putten machen wir auf und putten oder legen das nicht da rein das ist falsch wir können da mal rum gehen da haben wir mich diesen schicken container stehen da verbunden ist machen wir auf und packen das da rein und dann geht er doch in die zwei generatoren oder habe ich das falsch verstanden ne ne tschuldigung ja jetzt sieht das so aus 23 stunden läuft der und dieser läuft 70 stunden das läuft erstmal mal gucken dass wir den hier in bewegung kriegen das sollte laufen so jetzt hier mal gucken strom ist angeschlossen wir müssen noch was essen dann nehmen wir das trinken ne trinken ist noch ein bisschen schlecht über film so 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 wenn wir jetzt so raus gehen und dann da rein schlafkammer und wenn wir jetzt die leertaste drücken passiert komischerweise nix ich weiß noch nicht warum da ist drücken sehen wir dass der verbunden ist ich weiß nicht warum das nicht läuft keine ahnung jetzt ist es an oder das gehen wir rein und leertaste und bringt es nicht keine ahnung warum dieser schöne regenerationsraum nicht läuft gut heute taste so raus läuft nicht ja gut nochmal ins inventar hier können wir noch ein nehmen und 50 ist das zu hoch dass es nicht geht könnte auch sein so jetzt gehen wir raus die tür müssen wir noch verbinden oder da nach der das geht nicht warum nicht ach wir brauchen noch so einen verteiler ja wieder falsche taste dann gehen wir hier rüber dann drücken wir B und gucken haben wir das schon ja auf 2 dann gucken wir das was bauen falsche taste erwischt und kann man das hier anpappen ne da unten ging es was dahin dann können wir das da verbinden na komm und dann sehen wir ok wir brauchen metallplatte und schon ich weiß ja geht nicht fertig ist klar und so was brauchen wir auch dafür haben wir hier noch was drinnen ja die platte nehmen wir mal aus und die elektronischen teile sind da läuft so rohstoffe fehlen geht also nicht müssen wir noch sammeln das ein haben wir aber das ist nicht das das silizium müssen wir noch haben gehen wir raus jetzt natürlich doch noch ein stamm ok weg ist er und kriegen wir das durch jetzt her gute frage brauchen wir silizium tja wo es das gibt weiß er nicht ok was ist das und da sind klamotten drin ok da wird das wegen einem update wahrscheinlich wieder gewesen sein dass man das da ablegt das könnte natürlich sein jetzt nehmen wir das mal mit und dann gucken wir mal her können wir das abbauen ist da was zum abbauen nicht oh das eisen gut dann weiter und jetzt sind wir voll schade auch immer da ist das was wir brauchen silizium geht halt nicht und kohlenstoff dafür brauchen wir erstmal platz vielleicht können wir hier was rein tun die sache da rein ne geht doch nicht das ohne einbahnstraße geht nicht ok und da müssen wir uns was anderes einfallen lassen kriegen wir das jetzt das ist nicht schön ins inventar das können wir aufessen da haben wir einen platz mehr und dann trinken können wir jetzt auch aber das hilft uns nicht weiter tja was machen wir jetzt da sind die container und kohlenstoff und silizium den konnten wir nehmen und was wir mit dem kriegen wir nicht ist klar ja und dann bauen wir was ab hier gerade so ein bisschen Silizium noch kriegen bisschen ist da drinnen und dann gehen wir zurück gehen wir hier rüber auf zur basis jetzt sollten wir die teile machen können so läuft auch noch ein bisschen zeug und Eisen brauchen wir noch ok so nehmen wir die teile da raus das kann auch hier bleiben und dann gehen wir hier rüber und bauen das fertig den verteiler so läuft und jetzt können wir die verbinden sehr gedrückt und den brauchen wir nicht Tür geht im rot oder die fettmaschine und die beiden Sachen haben auch noch nicht alles läuft und den generator kann man nicht dazu fügen der wird wohl so angeschlossen sein und ich gebe von aus der Tür jetzt automatisch auf und zu geht nicht und wenn sie warte mal ich weiß nicht wie es geht ja ist halt so ne das haben wir alles schon gemacht im endeffekt falsche taste und ist jetzt aufgegangen und drehen wir uns um und ist nicht zu funktioniert wohl nicht ich weiß nicht warum das so ist aber vielleicht kann ja einer mal was sagen so nochmal einstellungen ändern ja ok läuft das jetzt hm 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 Tür wieder zugemacht geht nicht auf ich weiß nicht wie die Tür geht keine ahnung ja fehler können wir aber ich weiß nicht wie wir den wegkriegen da ist auch einer hm irgendwie brauchen wir da ein Ergebnis gehen wir nochmal rein probieren nochmal hat sich auch nichts geändert irgendwo sind da noch Fehler im System so so dann soll es auch für die Folge reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr jetzt nächstes mal auch wieder mit dabei seid bis dann batterien 92 88% wird bald was werden ok bis dann in der nächsten Folge fahren wir weiter bis dann ja da da